Das ist unser neuer Kanal von Mertko. Dort könnt ihr mein Tanzfilms und so weiteres sehen. Ich freue mich wenn ihr liked und abonniert. Ja, danke und das ist unser Video von 5 Dinge was jeder kennt. Nummer 1. Ich mache Telefonstrech, sagt irgendetwas und lacht einfach so dumm und teppert. Ja, hallo? Du bist dumm. Ja, Nummer 2. Ihr scherzt mit irgendwem und ihr scherzt ha ha ha, aber in Wirklichkeit lacht sie nicht. Was machst du? Ich habe Pläge. Zum Beispiel, ihr bekommt eure Note und es ist halt schlecht oder euer Zeugnis und ihr sagt, ich werde den ganzen Sommer kein Videospiele nur lernen. Merchan! Ja? Hast du gelernt? Hatte was zu tun. Den ganzen Sommer? Ja, leider. Okay, mein Sohn. Nummer 4. Ihr wolltet was tun, aber dann vergisst ihr euch einfach. Oh, fast kein Alkumen. Ich spiele mal Alkumen. Oh! 5 Minuten. Boah! Spetscher, du brauch scherz. Boah, scherz. Dann nochmal, dann machen wir mal. Spetscher, ich mache ein bisschen eine Beleitung. Ja, die nehm ich das machen, so später. ... Guck... 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 Echt jetzt. Ich nehme das aus. Zum Beispiel Nummer 5. Ihr macht einen Witz und das Mädchen findet es einfach nicht lustig. Hey, ähm, 18 Blondinnen stehen vor, nein 16 Blondinnen stehen vor dem Kino. Einer kommt und sagt so, warum steht es ja alle da herum? Ich sage so, der Film ist auf 8 und wir warten auf 2. Hehe, das war sehr lustig. Ja, das war das Video, wenn es euch gefällt hat, ihr könnt es teilen, abonnieren und liken. Ja, und das ist mein neues und ich will halt damit weitermachen. Ciao, bis dann, haut rein.